Janine Machler, Weltmeisterin. Und die Steffi Grob, Weltmeisterin. Wie fühlt man sich? Mega gut, mega glücklich. Mega cool, ich kann nicht so viel, es ist cool, wirklich cool. Stefanie, du, zwei Medaillen? Ja, absolut der Hammer. Die Schweiz räumt richtig ab heute. Ja, ist cool so, so macht es Spass, so macht es Freude. Wie geht es bei dir weiter? Ich fahre morgen noch den Riesen Slalom, dann noch den Slalom, genau, das ist schon mein Plan. Bis am Schluss bin ich noch da. Bis am Schluss sind sie noch da. Stefanie, und du noch eine dritte Medaille? Mal schauen. Ja, wir wünschen euch alles Gute hier bei der Weltmeisterschaft, alles Gute, Gratulation. Danke vielmals, danke schön. Merci.